So, Joscha, wir fangen mit dir an, ne? Die Regeln kennst du ja, du darfst nicht mit ja, nein, nicht, vielleicht antworten. Ganz easy. Legen wir los? Das war schon mal dein Minuspunkt. Okay. Hallo, ich meine Freunde, alles gut? Klar, bei dir? Muss. Welche Mannschaft spielst du gerade? Ich spiele beim SC Kondo. Bist dufrieden mit der Mannschaft? Ganz okay, also, ginge besser. Was ist denn so schlecht daran? Also, jetzt am Ende der Saison haben wir ein bisschen gechillt, weil wir haben den Platz ja vererbt. Ja, hab ich gesagt. Ach so, okay, bist du bereit, ne? Ja. Legen wir los. Was hast du heute so gemacht? Ähm, ich bin aufgewacht, damit ich direkt hergekommen. Okay. Warst du müde, als du hergekommen bist? Ja. Okay, ne? Ja. Merk's selber, so einfach ist das gar nicht, ne? Konzentrier dich. Ich weiß, du bist ein bisschen müde, aber das schaffen wir doch, oder? Ja. Okay. Okay. Wie alt bist du? 17 Jahre alt. Bist du zu viel mit deinem Alter? Ganz normal, hä? Ganz normal. Wünsche dir, Marcia, ein bisschen älter zu sein? Eventuell 18. Dann könnte ich auch, egal. Egal, das ist nicht okay, das ist richtig. Okay, also, du kennst die Regeln? Kenn ich. Kannst du auch mal sagen, aber so was und nicht sagen darfst. Nein. Ja. Was hast du denn gedacht? Oh, du darfst doch nicht so langsam anfangen. Okay, okay, komm. Hast du viele ausländische Freunde? Hab ich. Hast du? Ist alles dabei, so? So Afghanen, Türken, Deutsche, Portugiesen, Polen? Ist es. Ist es so? Genauso ist es. Genauso ist es, alles klar, okay. Hast du eine Freundin? Nein. Hattest du mal eine Freundin? Eventuell. Was heißt eventuell, ja oder nein? Ich darf darauf nicht antworten. Ach was. Sagen wir so, ich hatte eine Freundin. Okay. Also, du machst gerade deinen Führerschein. Ist das richtig? Wahrscheinlich. Okay, also du machst gerade deinen Führerschein. Hast du dafür gespart oder ist das mehr so eine spontane Sache für dich? Hab dafür gespart. Hast du polnische Freunde? Das hab ich. Wie heißt denn der Erste, der dir jetzt gerade einfällt? Felix. Felix. Ist das ein netter Typ? Jo. So, leider, ich würde sagen, dass Joop und so zu Ja gehört. Also nochmal für die Zuschauer, Joop und Ne und das gehört alles zu Ja und Nein. Also, concentrate, concentrate. Willst du später Kinder haben? Eventuell. Also, so Gottes Willen. 18 Jahre alt. Hattest du schon mal eine Freundin? Wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich? Was heißt wahrscheinlich? Ich hatte mal eine Freundin. Bist du Fußballer? Nicht mehr. Achso nicht, genau. Leider hast du nicht gesagt. Wann warst du das letzte Mal in Ghana? Da war ich zwei. Da warst du zwei? Also 15 Jahre. Hat es dir gefallen? Ich habe doch nicht wirklich viel gesehen. Nee, okay. Hast du Schluss gemacht? Oder was war so der Grund für Schluss machen? Man hat sich mal liebt. Ich glaube, er hat nicht viel gesehen. Man hat sich liebt. Stimmt! Also, du sagst, du bist Fußballer? Früher gewesen. Früher gewesen. Okay, wie lange ist das her? Länger, ja. Schon drei, vier Jahre. Willst du irgendwann mal wieder spielen? Sieht nicht so aus. Bitte immer direkt antworten, okay? Ich habe keine Zeit, dass du dir ein bisschen länger Zeit nimmst. Also, immer direkt antworten, ja? Ganz klar. Du bist ja Keyboarder, ne? Ja. Und ist es eigentlich schwer, so Keyboard zu lernen? Eigentlich ist das ein ... Das hat mir zu lange gedauert. Minus! Minus! Du hast mich zu lange gebraucht. Ich habe gesagt, ich möchte, dass ihr mir schnell antwortet. Minus! Du gehst ja zur Kirche, auch in meine Kirche. Du spielst da Drums. Wie bist du zum Schlagzeugspiel gekommen? Durch einen Onkel. Durch einen Onkel? Wie hast du es gelernt? Auch durch den Onkel? Eventuell. Wie bist du? Alles klar? Immer. Bei dir? Ja, bei mir auch. Freut mich. Sehr gut. Auf jeden Fall, wie fühlst du dich eigentlich nach dieser Challenge? Gut. Hast du keine Schmerzen oder so? Also, brennt der Mund nicht? Eigentlich gar nicht. Nein. Also, ich würde sagen, dass in gar nicht nicht drin ist. Okay. Du hast erwähnt gehabt, dass du mal eine Freundin hattest. Hast du sie wirklich geliebt? Sicher. So richtig geliebt? Sicher. Du hast zweimal Sicherheit gesagt und diesmal gebe ich dir keiner. Minus! Du bist ja mein kleiner Bruder, ne? Wahrscheinlich. Wie findest du meine Videos? Perfekt. Perfekt. Oh, danke. Was hast du so für Talente? Meine Talente sind ... Also, man sagt, ich kann singen. Uh, I wanna hear something! Ja, das geht. Beweis uns das bitte. I want you, stay with me. Kiss of all I need. Was ist dein Lieblingsessen? Jollof rice. Jollof rice. Ist es afrikanisches Essen? Eigentlich ... Hm? Eigentlich. Also, man könnte auch sagen, dass es aus einem anderen Land kommt. Also, afrikanisch ist ja so Großafrika, so wie Europa. Ich hab oft gefragt, ob es afrikanisches Essen ist und nicht ob es ... Könnte sein, muss aber nicht. Kann auch sein, dass Europa aufhören wurde. Echt? Du bist ja auch sozusagen ein Fußballer. Kann das sein? Kann man so sagen. Und da spielst du mehr in der Freizeit oder so? Du spielst jetzt nicht im Verein. Freizeit. Ja, chill. Auf welcher Position hast du da gespielt? Links außen. Ich glaub, du hast gewonnen. Also, das war's für heute, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Das waren ... Ben. Und Joshua. Abonniert zu Sits. Nicht vergessen. Leid. 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 Leid.